Es ist dem Feind gelungen, die Front in Breiterformation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Fronau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marlsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Herr Steiner, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Das bleibt mir im Raum, Keiter, Jodl, Krebs, und Butter. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner, das war ein Befehl! Wer schickt sie? Der Angriff Steiner hat mich verlogen! Jeder hat mich verlogen, sogar die OSS! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen, nie das verreistige, treulose Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblieben... Die Stadt Feiglinge! Verreiter, Versager! Mein Führer, Was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist der Geschmacks des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält! Jahrelang hat das Militärum aller Aktionen nur behigert! Es hat mich jeden nur als bestätigen Widerstand in den Weg gelegt! Ich hatte gut daran getan, um jahrelang alle höheren Offiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie, und doch habe ich allein, allein auf Mist gestellt, ganzer Rapper erobert! Verräter! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheuer Verrat geübt am deutschen Volke! Aber alle dieser Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut wird sie bezahlen! Sie wird ersaufen in ihrem eigenen Blut! Bitte gerne! Jetzt beruhig dich doch! Alle Befehle sind in den Wind gesprochen! Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus! Der Krieg ist verloren! Und seitdem der Leiden! Alle Befehle sind in der Erfurt!